Stellt euch vor, ihr könnt genauso leben, wie ihr es euch immer erträumt habt. Stellt euch vor, ihr oder eure Kinder könnten auf dem Dach ins Wasser springen. Stellt euch vor, ihr könntet mitten in der Stadt den eigenen Gemüsegarten hegen und pflegen. Baugemeinschaften machen es in einer Welt, in der sich Lebensformen, Familienstrukturen und Wohnbedürfnisse stetig verändern, möglich, genau diese vielfältigen Vorstellungen umzusetzen. Ihr Pioniergeist und sozialer Zusammenhalt schaffen einen Mehrwert für Mitglieder und Stadtgemeinschaft gleichermaßen. Bei Werk haben wir reichlich Erfahrung darin, vielfältigen Bedürfnissen gerecht zu werden und den architektonischen Rahmen zu entwerfen, der mehr Gemeinschaftlichkeit und ein stärkeres Miteinander im Alltag ermöglicht. Vielfältigkeit, Geselligkeit, Individualität und Nachhaltigkeit sind nur einige der unzähligen Vorteile, im Leben dichter zusammenzurücken und Teil einer einzigartigen Baugruppe zu werden. Wir glauben an vielschichtige Nutzungsangebote und attraktive Gemeinschaftsflächen, wo gemeinsame Ressourcen genutzt werden. Geteilte Räumlichkeiten für beispielsweise Homeoffice, individuelle Erfahrungswerte sowie gemeinschaftliche Werkzeuge schaffen langfristige Angebote, die den Alltag erleichtern. Werk denkt immer in innovativen, kreativen und spielerischen Lösungen. Unser Anspruch ist, dass Architektur einladen und bereichern soll. Wir gestalten lebendige Erdgeschosszonen, arbeiten mit Detailreichtum und entwerfen begrünte Architektur, die zum Aufenthalt einlädt und weiter wachsen kann. Hi, wir arbeiten seit über acht Jahren mit Werk sehr erfolgreich zusammen und zwar bei großen komplexen Bauvorhaben in Deutschland als auch in Dänemark. Werk ist dabei immer unheimlich professionell und es ist eine ganz tolle partnerschaftliche Zusammenarbeit. Wir machen das jederzeit wieder. Wenn Werk neue Wohnräume, Stadträume oder Quartiere entwirft und gestaltet, tun wir dies immer im engen Dialog mit allen Projektbeteiligten. Alle Ideen werden gehört und die zukünftigen Bewohner werden zu gestaltenden Miteigentümern des Projektes. Anhand von einfachen Skizzen, detaillierten Zeichnungen, anschaulichen Modellen und räumlichen Darstellungen testen wir verschiedene Szenarien und finden gemeinsam das beste Konzept. Seit vielen Jahren arbeiten wir erfolgreich mit dieser Herangehensweise und Offenheit zu großer allseitiger Zufriedenheit. Wir von Werk freuen uns darauf, eure Träume mitzuentwickeln und zu eurem neuen Zuhause zu machen. Bei Szenari Sprecher Mit